Das ist die Turkish Airlines VIP Lounge in Istanbuler Flughafen. Diesen Schließfäschern könnt ihr eure Sachen ablegen. Hier gibt es noch einen Businessbereich. Und hier könnt ihr zu den privaten Zimmern. Hier in einer Miniaturversion von Istanbul könnt ihr gegeneinander Rennen spielen. Es gibt auch genug Spielraum für Kinder. Es ist kostenlose Getränke, leckeres Essen.